Ich weiß, wer diese Dinge in Aminas Tagebuch geschrieben hat. Wer? Ich wurde aus dem Cheerleader-Team geworfen, weil ich hier einen Leberfleck habe. Auf keinen Fall! Sie hat den ganzen Campus getäuscht. Was? Ponca, halte deinen Rücken gerade. Wir stehen hier nur rum. Wir üben nicht einmal. Du bist ein Cheerleader. Du solltest immer in Form sein. Au, das tut weh. Schau, Ponca, so wird's gemacht. Laura, du kannst zwar geradeaus laufen, aber du solltest eindeutig weniger Donuts im Café essen. Unsere Uniformen werden bald hier sein und du wirst vielleicht nicht reinpassen. Hast du den Verstand verloren? Ich habe Größe XS! Was ist das denn? Und außerdem bin ich die Kapitänin des Teams, also wird es so sein, wie ich es gesagt habe. Holly, glaubst du nicht, dass du es ein bisschen übertreibst? Vielleicht brauchen wir bald auch eine Erlaubnis zu atmen.